Hallo, hier ist der Slash wieder. Ich bin eine Weile lang in der WG gewesen. Deswegen ist jetzt hause, jetzt kann ich weiter let's playen. So, jetzt muss ich mich hier raus aus den Nerdflügel. Schlamm wieder in den Boot rein, oder in den Schiff, oder was auch immer. Und fahr hier runter. Mach eben noch Ton aus vom Fernsehen. So, und dann geh ich mal in diesen Schiffflügel. Oh, oh, oh. Gott sei Dank, sorry Leute. Übrigens habe ich mir überlegt, ich mach erst mal den Handy, wenn ich es wieder gefunden habe. Ja, mein Handy ist weg Leute. Ich, äh, ich glaub selbst noch nicht mal. Na. Ist aber halt so wild. Mein Stahlkurs stellt ein Herz der Linus. Mein Stahlkurs stellt ein Herz der Linus. Mein Stahlkurs stellt ein Herz der Linus. Die M-A-Tour S-O-D stellt eine Büchse K-Box stellt die Linusenergie. Eine Büchse K-Box stellt die Linusenergie vollständig wieder her. Übrigens werde ich bei G-Gothic, 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 also den dritten Teil von G-Gothic, werde ich Let's Playen. Ach. Aber erwartet nicht zu viel, weil das wird dann ein blindes Let's Play, so gedacht. Äh, ist das noch was? Nö. Das war's. Mann, ist das gefährlich gewesen. Der hätte mich ja töten können, ne. Oh Leute, jetzt schon meine Hassstelle. Meine absolute, hassende, hassende, Hassstelle. Echt Leute. Äh, ne. Tafen tue ich nicht. Also Strom aus, um Tafen, ne. Das gehen wir parallel zueinander. Da. Was ist denn da noch was? Also hier. Loslassen. Los. Loslassen. Und da zu ist keine Ahnung. Da kann ich aber wohl eher nicht töten. So. Eine Wache alleine. Gut. Schalter. Das war ein falscher Alarm. Das war ein völlig falscher Alarm. Ich warte lieber noch mal, bis er sich gedreht hat. Noch mal. Mir ist das schon zu, 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 zu heikel. Au. Au. Jetzt noch mal schön. Au. 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 Höh. Schau du. Na. Ach ja. Stimmt ja. Die geht ja wieder nach ne Weile runter. Oh. Leute. Jetzt kommt meine absolute Hartstelle im Moment. Fehlgeschlagen. So. Jetzt wird es schwer, Leute. Da habe ich selber ein paar Tage lang getüftelt. Bis ich das heraus hatte. So. Hier ist eine Double Edge in dem Bereich. Also. Wenn man da weiter gehen würde. Hier nehme ich. Da wäre Double Edge. Da gehört, dass hier auf eine Leitung mit der Eltern warten. Hier ist es noch mehr. In Spur. Ah. Lieber nicht überstürzen. Nein. Bevor man da. Irgendwie überstürzt handelt. Nein. 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 Wo ist das denn? Ja. Ich werde jetzt mal. Ich werde jetzt mal einen hierher locken. Los, Feuer! Einmal muss man den Alarm aussuchen, damit die Wecke auch untersuchen die Ecke. Wo soll ich das denn denn? Los, hält dein Kumpel, oh ne, hab das, oh, jetzt drehen wir mal, gut. Leute, ich werde das so schnell wie möglich hinter mir bringen. Ah, die machen es mir so schwer wie möglich hier. Das ist meine Maus, macht es mir grad schwer. Ich glaube, ich wechsle nachher, nach dem Video hier. Ich mache meinen Akku aus, auch an der Batterie. Ich mache ein paar Einheiten für unterwegs. Andere machen das immer so, dass sie Gelenk schleichen und so lange warten, dass ich die Leute noch in den Rippen zutreten, ne? Hier ist noch was für zu längs, ne? Aber es dauert schon lange mehr. So, erstmal ein Tick und noch einen Tick oder Einheiten, ne, wenn ich nachher mir was kaufen will noch mit dem... Ach, hier, warte mal, kann ich, wenn ich verfehle heute, aha. Da kommt man da drüben, ich gehe, ich gehe, haltet die Augen auf. Nicht! Da kommt man da drüben. So, die schalte ich jetzt schon mal aus. Red ich um, red ich um? Kollegen. Alarm, Alarm! Nö, kein Alarm. Naja. Dann wird das doch... Dann wird das doch... Ich habe Probleme! Okay, jetzt gehe ich wieder eingeschlafen. Nicht! Da kommt man da drüben. Ich gehe. Halte die Augen auf. Ich gehe. Geh weiter! Nicht! Ich gehe. Halte die Augen auf. Ich gehe. Halte die Augen auf. Halte die Augen auf! Ach, komm schon, da war doch gar nichts. Naja, okay, dann mache ich erst mal das hier. Nicht! Ich gehe. Das gibt es in einer Ebenheit. Nicht! Das dauert mir eben zu lange. Ich mache das gleich noch, weil das muss ich so dazu machen. So. Aktion drehen. Aktion nehmen. Sicherung raus. Springen. Und alle ab. Und... ... oben wieder. So. Weil ich möchte jetzt... Sonst mache ich das jetzt hier wieder rüber wieder. Weil es war auch so schwierig sein, wie auf der anderen Seite. Ihr seht da, hier sind die nämlich... Das sind die nämlich, die ich eben versucht habe, von der anderen Seite anzuschicken. Da kommt was! Na ja, da kommt was auf seinen Rücken. Komm schon, dreht ihr oben, Bruder. Alles klar! Komm, krieg! Ja! Ich gehe! Halte die Augen auf! Komm, da hat Probleme! Dreht euch nochmal! Komm, schnell! Los, helf deinen Kollegen! Komm, da hat Probleme! Sie hat alle Probleme! Sie hat alle Probleme! So. Sorry Leute, dass es jetzt zu lange gedauert hat. Äh, ja. Ich muss dann auch schneiden hier. Schnitt! Hier, Schnitt! Ich sag jetzt... Ich weiß nicht, wenn ihr öfters das Wort Schnitt in mein Video-Set. Das heißt nicht, dass ich total mit hier habe, sondern... Nur Schnitt in Sinne von... Jetzt mache ich mich hier mal kurz... Leerlauf. Oder... Wie auch immer, ne? Spiel speichern. Muss man ja auch mal. Nordflügel wird zum Südflügel. Ne, zum Ostflügel. Sorry, ich habe euch falsch informiert. Es ist der Ostflügel. Und wenn ihr mal guckt! Weil mein eigenes Speicherstand hier unten. Da bin ich schon... Bei'n... Bei'n... Selene... Selene... Also... Bei'n... Boss! Ich werde den Boss besiegen, Leute! Bei meiner eigenen Speicherstand. Aber in Beisein von meinem Freund. Weil der will das unbedingt sehen, also... Dann werde ich ihm das zeigen, dass ich das schaffe. So... Wollt ihr jetzt halt so einen Schlüssel haben, ne? Alpha... 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 Alpha ist echt so ein... Von wegen... Alpha... So und so und... Alpha... So und so. Das ist echt übertrieben. So, da ist hier unten wichtig. Die Küsten und diese Röhre. Einfach nur weitergehen. Ich nur.